Hallo, hier ist Hexler von Mavic und heute das Thema Shops und Sponsoren. Es gibt mittlerweile eine gute Auswahl an Airsoft Geschäfte in Deutschland, allerdings haben sie nicht mal die gleiche Auswahl und man ist darauf angewiesen immer bei unterschiedlichen Shops zu schauen, ob sie die Gegenstände verkaufen, die man braucht. Das hat allerdings auch den Vorteil, dass man manchmal die gleichen Gegenstände für ein paar Euro günstiger bekommt. Aber wirklich, Rabatt gibt es bei solchen Sachen nicht oder wenn, dann sind sie sehr selten. Eine Rabattkarte zum Beispiel gibt es bei Cotton Seller. Das sind die 15% Rabatt, die kostet 29,98 und gilt das ganze Jahr. Leider nicht auch das gesamte Sortiment. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit Sponsoren. Das gilt aber nur, wenn ihr ein Team auf die Beine gestellt habt. Sponsoren können Geschäftszeuge in diesem Fall sein, die euch die Gegenstände günstiger verkaufen. Wie hoch allerdings der Prozentsatz ist, den ihr günstiger bekommt, liegt an eurem Team, wie oft einkauft und so weiter. Jeder Shop hat unterschiedliche Vorgaben, die ihr erfüllen müsst. Wir haben ein bisschen recherchiert und herausgefunden die Anforderungen von Cotton Seller und diese wären der Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl und Ort, Geburtsdatum, Altersnachweis, falls diese noch nicht vorliegt, Telefon und E-Mail für den Kontakt. Dazu kommen noch die Webadresse und man sollte natürlich volljährig sein. Solltet ihr den Sponsor haben von sniper-is.de, sind die Vorgaben dort der Teamname, geografische Zuordnung, Gründungsdatum, Anzahl der Mitglieder, Erfahrung der Gruppe, Spielland, die Ausstattung, ob ihr schon vorher einen Sponsor hattet. Dann die Kontaktperson mit dem entsprechenden Namen, Adresse und Telefon und was erwartet ihr eigentlich, wenn sniper-is euer Sponsor werden soll. Wenn ihr wirklich einen Sponsor haben möchtet, wichtig ist natürlich, ihr solltet mindestens vier Mitglieder sein, die alle aktiv daran teilnehmen. Meistens darunter habt ihr gar keine Chance. Fragt beim entsprechenden Airsoft-Geschäft nach, per E-Mail, was ihr für Anforderungen stellen müsst bzw. erfüllen müsst, damit ihr das bekommt. Meistens wird euch schon dementsprechend geholfen. Wir können nicht jeden Shop ausfragen und von daher macht es einfach mal selber, fragt mal nach, freundlich und so schwer ist es gar nicht. Wie ich schon sagte, wie hoch der Prozentsatz ist, ist natürlich von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich und auch von der Größe des Teams, die ihr habt. Das war es auch schon. Das war euer Häcksler von Maverick zum Thema Shops und Sponsoren. Das war es auch schon. Das war es auch schon. Das war es auch schon.